hallo und herzlich willkommen liebe freunde des genoppten steins zu einem neuen vlog mittlerweile vlog nummer 26 und heute schauen wir mal hier serie 1 marvel sind noch ein paar da also wer braucht gerne melden dann habe ich hier für die bestellung center shocks kommen die dann dazu apropos bestellungen die erste bestellung hier ein ork oder urkai dann haben wir hier ein paar köpfe und arme ein paar star wars minifiguren und ein haufen figuren serie 25 dann kam heute noch eine bestellung von pick a brick lego da schauen wir mal zusammen rein das beste ist glaube ich das hier ein paar schöne wikinger helme dabei wenn man die sehen kann ansonsten packe ich das jetzt alles rein und dann schauen wir mal was das für einen wert hat so habe ich jetzt die brixtorteile fertig gemacht mit den ganzen steinchen und das sind jetzt 2710 steine in 18 lots und 548 euro in den shop gewandert gestern habe ich jetzt noch marvels minifiguren 2 ausgepartet die ich stelle jetzt auch in den shop dass die verkauft werden können hier müsste ich auch mal weitermachen aber mit den köpfen ist so eine sache gerade keine lust zur not schaue ich mal hier rein ein paar minifiguren teilen paar slopes habe ich hier ich glaube das mache ich eher und hier noch ein gemischtes mal schauen heute ein ganz normaler sonntagmorgen mit lego minifiguren habe ich hier noch ein bisschen was gehabt ein paar beine hier ein bisschen was das habe ich schon rein so da das ist 63 lots 85 teile 45 euro ein bisschen bionica ein bisschen star wars und zwar so was da was figuren minecraft minyago also kunterbunt gemischt und hier ist noch ein bisschen was ein paar alte figuren noch ansonsten hier sehe ich noch ein tor und diesen micro scale figuren minyago und wenn das fertig ist habe ich hier noch ein bisschen was und hier capes mal schauen über eine hier meine ganzen minifiguren und hier geht es noch aber die star wars minifiguren neigen sich alle dem ende habe ich auf ebay kleinanzeigen ein kleines konvolut noch geschossen das muss ich demnächst zahlen und dann kommt das auch bald ein bisschen marble crude hier ein bisschen linear minecraft genau ansonsten habe ich hier noch ein bisschen was vor mir einzustellen ein bisschen was in light blue grey und das war es dann eigentlich was ich gemacht habe die minifiguren waren die ganze zeit hier gestanden habe ich jetzt hier oben aufgeräumt und dann haben wir hier die serie 24 marvel serie 1 und serie 25 wobei ich serie 25 auch mal wieder nachkaufen müsste weil da sind ganz viele ins nicht europäische ausland gegangen genau ansonsten ach hier habe ich noch ein paar Lego Technik Sachen zum einstellen ansonsten war es das jetzt erstmal und wir sehen uns demnächst ciao ciao